Eintracht Braunschweig und der SC Paderborn trennen sich 1 zu 3. Die Braunschweiger bleiben weiterhin auf dem letzten Platz. Und jetzt, wo ihr Top-Torjäger Anthony Uccia ja auch eine schwere Verletzung vor sich hat, wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden für Braunschweig, wenn da nicht mal langsam was passiert. Paderborn hat heute verdient gewonnen, haben jetzt immerhin 14 Punkte auf dem Konto. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Und sind in Führung gegangen durch Hansen relativ früh. Und das ging auch vollkommen in Ordnung. Paderborn war das bessere Team. Braunschweig, habe ich das Gefühl, die haben noch echt dran zu knabbern, dass Uccia fehlt. Weil gerade vor einem Sturm hat heute einiges gefehlt. Und so war es dann Obermeier, der auf 0 zu 2 für Paderborn erhöhen konnte. Was auch in der Folge verdient war. Braunschweig hat allerdings, muss ich sagen, Moral gezeigt. Hat es dann immerhin geschafft, durch Ivanov den Anschlusstreffer zu erzielen. Was dann auch der Pausenstand war. Und in der zweiten Halbzeit hatte Braunschweig durchaus Gelegenheiten, das 2 zu 2 zu machen. Also Paderborn hat da zum Teil echt schön geschwommen. Echt ganz schön geschwommen. Und ja, aber Braunschweig hat die Chance nicht genutzt. Und ihr kennt ja das gute alte Sprichwort, wer seine Chancen nicht nutzt. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Und so war es am Ende. Bill Bia, der 90 plus 6, die Entscheidung erzielte mit dem 1 zu 3 für Paderborn. Die jetzt seit vier Spielen ungeschlagen sind. Drei Siege ein Unentschieden. Es geht doch wieder in die richtige Richtung bei Paderborn. Und bei Braunschweig muss was passieren. Also wenn die nächstes Jahr nicht wieder in der dritten Liga spielen wollen, dann müssen sie wichtige Punkte einfahren. Der Vorteil ist, die anderen haben auch nicht wirklich gepunktet. Also noch hat Braunschweig gute Chancen, die Liga zu halten. Aber dann muss auch endlich mal was passieren. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Aber den nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.